Es wird Zeit für Herbstdeko und ganz viel Gemütlichkeit. Schreib gerne mal in die Kommentare, ob du überhaupt für den Herbst dekorierst oder dann erst wieder zu Halloween. Ich wollte es mir jetzt dieses Jahr mal so richtig gemütlich machen zur Herbstzeit und habe daher wirklich jeden Bereich so ein bisschen umdekoriert. Ich habe außen an der Tür gestartet und dann mit dem Flur weitergemacht. Hier gefällt mir vor allem der hintere Bereich richtig gut mit den verschiedenen Pilzen, Kerzen und Kürbissen. Ich finde, das sieht einfach richtig süß aus. Danach ging es auch schon weiter in der Küche. Auch hier habe ich einmal vorher gefilmt, damit ihr so einen direkten Vergleich habt. Um das Ganze ein bisschen gemütlicher zu machen, habe ich tatsächlich auch mal ein bisschen Farbe ins Spiel gebracht. Und zwar so einen schönen Beeren- bzw. Rostton und ich finde, das sieht richtig schön herbstlich aus. Natürlich dürfen auch hier Kürbisse nicht fehlen und das in jeglicher Form, egal ob als Kürbistöpfe oder als Kürbisschneidebretter. Außerdem natürlich noch ein paar Pilze, zum Beispiel als Pilztasse oder einfach auch als Deko. Dazu habe ich mir noch so eine schöne Teestation gemacht, denn Tee darf bei mir im Herbst auf keinen Fall fehlen. Danach ging es auch schon weiter mit dem Schlafzimmer. Auch hier wollte ich ein bisschen was verändern und ihr seht, auch hier kam Farbe ins Spiel. Ebenfalls so ein richtig schöner Beeren-Ton. Ich finde, der macht es super schön gemütlich. Vor allem im Kombi mit diesen großen weißen Kürbiskissen und diesen Glitzerpilzen. Die finde ich wirklich super, super schön. Dazu habe ich dann natürlich noch die ganzen Lichter angemacht, um es noch ein bisschen gemütlicher zu gestalten. Danach kam auch schon das Wohnzimmer dran. Auch hier gibt es auf jeden Fall ein paar größere Veränderungen. Ich habe nämlich sogar die ganzen Bilder ausgetauscht und das Ganze so ein bisschen in diesen Rost- und Brauntönen gestaltet. Vor allem diese Kürbiskissen gefallen mir einfach richtig gut. Ich finde es wirklich super gemütlich mit all dem Kerzenschein und den verschiedenen kleinen Lichtquellen. Hier kann man auf jeden Fall ein paar richtig schöne und gemütliche Herbststunden verbringen, während der Regen draußen an die Scheiben prasselt. Zu guter Letzt war da noch mein Badezimmer dran. Auch hier habe ich tatsächlich so ein bisschen umdekoriert und mich mal an neue Handtücher gewagt. Und zwar auch in so einem richtig schönen Bernton. Ich muss sagen, auch das gefällt mir richtig gut. Vor allem auch mit diesen leuchtenden Pilzen, um auch noch mal ein paar andere Lichtquellen zu haben. Ich glaube, hier kann man auch im Herbst ein paar schöne Spa-Stunden verbringen. Welcher Raum gefällt dir am besten?